Nächste Station Mannheim-Neckarau, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Mannheim-Rheinau, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In wenigen Minuten Schwetzingen, Offenersheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hockenheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Neulussheim, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Warkhäusl, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Wiesenthal, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In wenigen Minuten Graben-Neudorf, heute auf Gleis 1. Die Ankunftszeit ist heute voraussichtlich 19.17 Uhr. Nächste Station Graben-Neudorf, es besteht Übergang zum Übrigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Friedrichsthal-Baden, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Blankenloch, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Karlsruhe-Haxfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier sowie zum Übrigen Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.